so herzlich willkommen zurück zu genjin impact heute wieder in ormos bei der eich und christ und zwar sind jetzt ja zwei ingame tage vergangen ich habe während das ein bisschen das event gespielt für colley und jetzt sollen wir dori fragen wie das jetzt aussieht mit der wissens konserve die anheit haben unbedingt haben will ich finde es immer noch wundervoll dass du rede einfach hinten in dieser ecke damit noch so ich mach mal kurz ein foto mit dir es kann weitergehen reden wir mal mit dori ich möchte informationen über den verbleib der wissenskonserver der gottheit kaufen ja saßがあなたたちのような気前の良いお客様は普通の缶詰知識なんて out of 感情なのですのね ただその情報は決して安くはないですな 何しろ取引現場に忍び込むのはとても大変でしたのよ それに情報を漏らしたのが私だと知られれば人に狙われますわ でもお前の情報が本当だってどうやって証明するんだよ しかもなんでちょうどその情報を持ってるんだ ははは Ich glaube, dass die Dinge in meiner Sicht sehr wichtig sind, dass es alles ein Produkt ist. Wir müssen uns um die Verkaufs zu tun, auch die Gefühle zu haben. Und das ist auch, dass wir nicht über die Daten und die Daten verabschieden sind. Wir haben die Unternehmen in den Film. Dann nennen wir deinen Preiss-Story. Danke, die Leute! Ich bin sehr froh! Ich habe den Rhein-Pfalz-Karten geöffnet. Dann, bitte hör auf. Das Gehirn-Kannzum-Karten ist, die von Nizuri-Karten der Rhein-Karten. Ja, das ist gut. Die Rhein-Karten-Karten? Das Schöne-Karten-Karten-Karten ist, Elmite, wie? Oh, man! Das ist ja auch schon, was ihr. Die Augen der Augen der Schlecht-Klinge ist, dass der Schlecht-Klinge eine Kraft und die Kraft auf dem Kopf. Deshalb ist er, dass er das, was das für die Schlecht-Klinge ist. Wie ist das, die Schlecht-Klinge? Ich habe schon gesehen, dass ich die Räume noch nicht gesehen habe. Ich habe das Bild von mir gemacht. Ich habe die Fähigkeit von den Schweren des Schweren des Schwerens. Ich bin froh, Dori. Ich bin froh, dass ich die beiden mit den Schweren des Schwerens zu haben. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht zufrieden bin. Ich bin froh, dass ich mich immer wieder willkommen willkommen. okay dann überbringen wir mal die nachricht ist glaube ich nicht das beste was er hören wollte jetzt können wir die halt nicht mehr kaufen geld scheinen für den mann kein problem zu es sind die ein aber die gegner denen wir gleich gegenüber stehen werden ein hat kiri取れているな l-mite-旅団の取引場所に忍び込むだけでなく 至近距離に姿を隠すとは 大した度胸だ この上に映っているのが アフマルの目の団長 ミズリだ 彼の持っている独特な赤の缶詰知識は 神の缶詰知識である可能性が高い こうなると 来週彼らとの武力対談で 強制的に登場してもらうしかない アルハイゼンがどうして アフマルの目の連中を挑発するのか 最初は理解できなかったけど 今ではすっかり優位に立ったな アルハイゼンを倒せば そこのボスと対談できる 神の缶詰知識を 貸してもらえるぞ おつかれさま ここから何日かは 休んでいてもらっていい そのあいだ 俺も準備してくる あいつらに会う日の午後3時 あいつらより先にここで合流しよう アルハイゼン あいつらに踏んどしたら いいな アルハイゼンのやつ 遅いな 未来ここからは もう現building いやいやいやいや あいつらに ワースとだいの 前の山盆に行くぞ 既に行くぞ れでーすげん Ist das jetzt außen rumlaufen? Ach komm, Anleitern wird bestimmt nichts dagegen haben, wenn wir kurz schwimmen. Und noch eine kleine Abkühlung vor dem Camp. Das ist aber echt cool gemacht, dass jetzt viel so geskippt wird, sag ich mal. Weil ich nicht irgendwie dann da nochmal fünf Tage rumstehen muss oder halt vorspulen muss. So. immer schon hin wir haben schon genug von den umgenietet aus dem haben wir uns im amt sein geldbeutel auch noch dabei das ging doch besser als gedacht was was Was? 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 Rufus 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 Ich habe mich nicht vergessen. Also hätte ich noch jegliche Zweifel gehabt, für Alhaid Ham pullen zu wollen, wären sie jetzt beseitigt gewesen. Wie cool war diese Cutscene, bitte. Ich musste mich zwischendrin wirklich muten, um nicht irgendwie loszuquietschen oder... Wow. Er ist Archivar, das ist auch interessant. Ich glaube, er arbeitet dann wirklich für die Bibliothek oder für das Akasha-Archiv direkt. Das ist auch sehr interessant. War ja nicht so klar, was genau seine Rolle war in der Akademie. Aber krass, absolut krass. Und dieser Snitch-Move von ihm, wo er einfach die Konserve mitgenommen hat. Absolut nice. Also Alhaid Ham wird definitiv mein nächster Pull. Da wir gerade davon sprechen, vorhin sagte Hypatia... Was er sagt, ist genau das gleiche, was ich damals bei Iminzul gehört habe. Oh, das ist so schlimm. Aber ich dachte, dass ich so危険ig war, dass ich so危険ig war. Wenn ich mich überrascht habe, dann haben wir auch so gesehen. Wenn ich mich so gesehen habe, dann muss ich mich nicht mehr sagen. Ich habe auch noch nie gehört. Ich habe auch noch nie gehört. Ich habe auch noch nie gehört. Ich habe noch nicht gehört, aber du bist ein Mensch, oder? Du kennst dich die Technik-Kraxana-Li-Devi? Ich weiß nicht, dass ich auch nicht. Die Technik-Kraxana-Li-Devi ist ein Mensch aus dem Schmähl, und man kann es einfach nicht fühlen. Aber es gibt die Technik-Kraxana-Li-Devi. Die Technik-Kraxana-Li-Devi ist ein Mensch aus dem Schmähl. Hm. Wieder eine Pleite. Du hast wohl recht. Auf nach Sumeru. Kann er nicht mitkommen? Hm. Okay. Sehr, sehr interessant. Ah. Wow. Also, ich meine wirklich, wow. Na gut, jetzt ist ja auch bald das Sab-Servus-Fest. Vielleicht finden wir da endlich mehr Anhaltspunkte. Ich werde mich in der Zwischenzeit mal nach Sumeru teleportieren. Äh, denn alles andere? Ja, war jetzt eine ziemliche Pleite. Also, Alaytam hat auch keine Ahnung, wie wir zu Kusanali kommen sollen. Und ja, hat das eigentlich noch ein bisschen weiter in die Misere getrieben, sag ich mal. Ja. Ich lass mir überlegen, wie ich dir wieder hinkomme, Paimon. Wir haben gestern schon ein bisschen in Sumeru rum geeidelt, Haru und ich. Und ja, ich hab da ganz neue Orte gefunden in Sumeru. Die ich so jetzt tatsächlich noch nicht kannte. Äh, ich nehme dein Obst, ne? Danke. So, da ist schon Duniazad. Also, haben wir es hoffentlich noch nicht verpasst. Ja, das ist immerhin ein wichtiger Festtag. Und zum Glück haben wir den nicht verpasst. Ja, das ist immerhin ein wichtiger Festtag. Und zum Glück haben wir den nicht verpasst. Ja, das ist immerhin ein wichtiger Festtag. Ja, leider konnten wir nichts zur Kusanali finden. Und wir haben eigentlich noch mehr Fragen als vorher. Hallo! Hallo! Ich möchte mich auch ein bisschen relaxieren. Ich habe immer noch Angst vorhanden, aber ich bin jetzt schon gut. Ja, aber ich habe auch gesagt, dass ich so gesagt habe. Wenn ich mich sicher bin, dann bin ich mein Geist. Ich verstehe. Es ist nur heute Abend. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Leute, die in der Zeit haben, werden sie für die Weihnachtszeit gewonnen. Waaah... Oh... Ich habe mich zurückgebracht, weil die beiden auf dem Weg sind. Entschuldigung. Jetzt habe ich mich geholfen. Ich habe mich für dich. Komm her! noch kurzer dank ist ja auch einiges passiert so damit sind wir jetzt im zweiten akt hatte kurz eine kiste dann sind wir ja noch genau rechtzeitig gekommen mit tut dunja hat wirklich leid sie würde ja echt gern mehr machen aber leider leider spielt ihr körper da nicht ganz mit aber ich würde sagen auch wenn die folge jetzt ein bisschen kürzer ist ist das inhaltlich ein guter schnitt bevor ich jetzt mit dem ganzen sap servus fest anfange und ja ich hätte gesagt wir sehen uns dann einfach beim nächsten mal ich hoffe er hat viel spaß und damit bei bei